Gib ihm meinen Lutschfinger an. Okay, so, jetzt. Ich bin dabei. Hat vier Beine, bellt und zieht etwas. Ähm, 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 Schlittenhund. Nee, die Rasse. Die Rasse? Ähm, Husky. Ja, genau! Äh, nee. Da gehst du alle fünf Jahre hin. Und gibst deine Stimme einer Person oder Gruppe in deiner Stadt. Bundestagswahl. Nee, mehr hier. Europawahl. Nee, da gibst du Menschen deine Stimme, die entscheiden, ob Kindergärten gebaut werden oder Schulen oder Spielplätze oder Feuerwehr. Stopp! Mann, Kommunalwahlen. Gar nicht so schwierig. Kommunalwahlen. Gar nicht so schwierig! ula